hallo und herzlich willkommen zurück in meinem kanal wie angekündigt 20 booster der aktuellen serie roto euro 2018 in rusia 20 booster ich mir gekauft ich denke wir machen ja komm machen wir vier parts mit jeweils fünf boostern starten wir mit part nummer eins weil ich fand 20 boostern einem das wäre ein bisschen zu viel des guten gewesen das zahl durcheinander da haben wir drin stand schon dann der alter viola von ungarn dann haben wir von mexico den wirklich mega guten torwart otcher dann haben wir als special karte heubeck als fans favorite und dann noch mal belotti die karten mal hierhin zweites tüschchen die booster gehen vielleicht auch als beim letzten mal finde ich diesmal wirklich viel besser gemacht so dann haben wir drin bester gott für dänemark dann wagas chile perisic konnte dann als special karte fans favorite spav und slimani für algerien so dritter booster da haben wir drin von ungarn prisskin dann akinfeev dann williams bad sakli dann als special karte gold machine king von norweg da haben wir drin drin von ungarn prisskin dann akinfeev dann williams bad sakli dann als special karte gold machine die finde ich sehr cool gemacht vom design und promi von den niederlanden so und der proletzte booster in dem booster haben wir drin in dem booster haben wir drin zemaili oder wie der heißt dann koke dann als special karte kate player paulinho und coutinho von brasilien nochmal so letzter booster vom ersten tat so was haben wir hier nochmal für eine special karte drin so da haben wir drin quadrado dann glick lot aranguis als special karte fans favorite hendriksen also mein namens wetter und berg von schweden so ich hoffe das video hat euch gefallen mir dann lasst einen daumen nach oben da wir sehen uns im nächsten part und ciao wir sehen uns im nächsten Mal 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 Vielen Dank.